Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Zuerst klingt sie lächerlich. Aber je länger ich rede... Wir müssen die Schlüssel finden. ...desto mehr Sinn ergibt sie. Ich glaub's nicht, Sie haben Kaffee. Zucker, richtig? Ja. Nein, halt. Drei. Sie nehmen gern drei. Wie oft sind wir schon hier gewesen? Also, wie oft? Für mich ist es eine Ewigkeit. Die Invasion wird fehlschlagen. Wir werden alles verlieren. Ich sterbe fünf Minuten nach der Landung an diesem Strand. Zusammen mit allen anderen Soldaten. Ich denke auf! Wie haben Sie das gemacht? Kommen Sie! Kommen Sie zu mir, wenn Sie aufwachen! Sie wissen, was mit mir passiert. Mir ist dasselbe passiert wie Ihnen. Sie haben deren Kräfte übernommen. Wie kontrolliere ich es? Sie müssen sterben. Jeden Tag. Kommen Sie her und ich trainiere Sie. Wiederholen, wiederholen! Ihr Bein ist gebrochen. Nein, mir geht's gut. Fangen wir nochmal von vorne an. Kommen Sie! Ich bin kein Soldat. Natürlich nicht. Sie sind eine Waffe. Sie wollen den Rest der Welt erobern. Es sei denn, Sie ändern den Ausgang. Wir sind dafür nicht ausgerüstet. Wie oft sind wir schon hier gewesen? Was verschweigen Sie mir? In ein paar Stunden ist es dunkel. Und wir kuscheln mit einer Flasche Wein vor dem Kamin. Wir sollten einfach von vorne anfangen. Was? 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 Was?